Erwin, dein Zustand wird schlimmer. Sie muss mich beim Angriff infiziert haben. Und es ist schon so weit fortgeschritten. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Mich hat sie nicht angegriffen? Das ist Teil ihres Prägungsprotokolls. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier, nimm das. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Briggs in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Und damit herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 7. Ja, hier waren wir schon bei der letzten Folge. Bloß ich hatte aufgehört, weil die Folge sonst so lang wird. Und wir konnten nicht speichern. Deshalb sind wir nochmal hier gelandet. So, wir müssen sie suchen. Genau, findet Evelyn und töten. So wie das aussieht. Ich muss jetzt erstmal schauen, wie das hier ganz, das Ganze funktioniert. Genau, wir haben nur diese Waffe. Und ein Messer. Genau. Sonst haben wir leider nichts. Okay. Und wie war das? Genau, hier unser Puls läuft. Ah, jetzt genau. Unser Codex zeigt uns das Ziel. Okay, wir sollten uns erst auf dem Deck umschauen. Hä, die ist unter uns oder über uns. Ich weiß es nicht so genau. Kraut. Immer das schöne Kraut. Was stimmt da? Achso, wir haben kein Objekt. Der Albtraum geht hier weiter. Was war das? Pillen. Pillen. Immer rein mit den Pillen. Können wir das mit irgendwas? Nee, können wir natürlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, was... hier los ist. Das war die Tür hinter uns. Ich glaube, die ist da drin. Können wir hier was machen? Nein. Okay, sie ist weit von uns weg, auf jeden Fall. Genau, da sind wir das jetzt mal hinaufgeklettert. Ich möchte trotzdem schauen, was hier noch ist. Hallo. Okay, da unten geht es auf jeden Fall rein. Da geht es wieder raus. Hier haben wir noch Pillen. Achso, könnten wir jetzt eigentlich... Nee. Ach du Scheiße. Ich habe keine Ahnung, ob das uns was macht. Oh, ich bin so erschrocken. Kratsch. Sie übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Oh, großartig. Wir werden vielen mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Okay. Das ist ekelhaft hier. Egal, ich würde die Tür hier nicht aufmachen. Denn... Man weiß, was dann passiert. Hallo? Ich komme hier rein. Halt. Okay, wir können da nichts machen. Überall ist verschlossen. Ach du Scheiße. Ich wusste doch, dass ich irgendwas gehört habe. Hey, du stehst nicht nochmal auf, oder? Was kommen diese ganzen Monster wieder? Mann. Ich mag die nicht. Okay. Mal schauen, ob wir... Wir konnten ja hier hoch, und ich glaube, wir müssen auch da hin. Oh, nein. Wo sind wir? Ich will nicht, dass hier... ...die wieder aufstehen. Was haben wir hier? Munition. Munition ist immer gut. So, waren wir jetzt schon überall? Nein, wir waren hier noch nicht. Okay. Achso, das ist hier die Tür. Das passt schon. Aber da können wir nicht rein. Hm. Und nun? Ich habe immer Angst, dass hier irgendwas kommt. Okay, hier kommen wir wieder näher. Okay, einmal kurz durchlesen, ob ich hier irgendwas überlesen habe. Ich will jetzt hier in den Zustand, blubb, bis sie scheitern ist, wir will ihn zu beseitigen. Ja, das müssen wir ja machen. Wenn wir sie auch finden, da war sie. Ach, jetzt auf einmal können wir hier mit dem aufzufahren, oder was? Ich mache keine... Oh, keine Aufzüge. Verdammt. Stirb halt. Mann, hat er mich erschrocken. Ich will nicht. Oh, oh. Wieder hoch? Okay. Ich hoffe, wir finden ein bisschen Munition und so. Oh nein, hier kommen überall bestimmt diese Fiescher. Mag die nicht. Oh. Wir brauchen Munition. Ah, alles klar. Ah, das ist klar. Ah, ich bin schon ein bisschen aufgeregt hier und hab so Schiss. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Ich hab keinen Schlüssel, ich kann's nicht aufmachen, okay. Was ist das? Bomben zum Entzünden, alles klar. Ich will nicht wissen, was hier kommt. Ach du Scheiße. Da oben ist auf jeden Fall einer. Ist der wieder aufgestanden? Ohne Witz, der ist wieder aufgestanden. Jetzt aber. Ich brauch Munition, Mann. Oh, da liegt eine Leiche. Meinst du, der macht uns was? Ich hab keine Ahnung, ich will's auch gar nicht wissen. Okay, da ist noch eine Leiche. Diese Türen. Keine Munition, Leute. Meint ihr, hier ist was drin? Da kommen wir auch wieder nicht rein. Außer, können wir da den Sprengstoff dran machen? Jetzt checke ich's erst. Nee, das geht nicht. Wird ja sein können. Oh nein. In welchem Gepäck? Ah. Halt, Nasser. Halt, Stopp. Halt, Stopp. Ich will da gar nicht rein. Hallo. Okay, was haben wir hier alles? Eine Stärkseuge, die bestimmte Metalle auflösen kann. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Oh Gott. Die ist da drin. Die wird uns töten. Hey, jetzt ist sie wieder weg, okay. Ich will weg hier. Okay. Hallo? Wo bist du, Ebi? Sie ist weg. Warum bin ich hier rein? Das hat gespeichert. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollen. Oh Gott, überall werden die Viecher kommen. Ich habe keine Munition mehr gleich. Das Problem ist, ich weiß halt auch nicht, wo sie hin ist. Kann ich hier rein? Sie ist immer weiter weg, ich habe keine Ahnung. Okay, Kraut, alles mitnehmen, was geht. So. Falsche Richtung. Okay, hier müssen wir wohl lang. Okay, der ist tot, hoffe ich. Nein, noch nicht ganz. Nachladen auf jeden Fall immer wieder. Uh, gleich zwei. Und so ein Fett da auch noch. Stirb halt. Genau, voll oben. Ich würde gerne nochmal Munition finden. Sie scheint in der Nähe zu sein. Da steht sie. Ich will ihr ja gar nicht folgen. Aber wir müssen das. Okay. Ich mag keine Aufzüge. Was soll ich euch sagen? Oh nein. Ich weiß schon, warum ich keine Aufzüge mag. Komm schon. Hallo. 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 Was steht hier? Yfi ist oben. Standes Freund schon da? Ich habe keine Ahnung. Wieso können wir hier eigentlich nicht speichern? Können hier echt nicht speichern. Das gefällt mir gar nicht. Hallo? Wo müssen wir denn jetzt hin? Gute Frage, nächste Frage. Ah, ich habe eine Idee. Wir waren ja da hinten schon mal. Genau, dahin. Schauen, was hier es gibt. Immer diese ganzen Bomben. Dann kann ich drücken, um sie zu zünden. Okay. Keine Ahnung. Erschreckt mich nicht immer so. Dann haben wir das Gehirn weggeschossen. Okay, hier müssen wir rein. Hä? Ah nein, hier. So. Danach habe ich keins mehr. Aber warum können wir da nicht rein? Da ist eine Leiter auf jeden Fall. Dann können wir jetzt hier rein. Nein, nein, nein. Oh, es war so klar. Ach so scheiße. Können wir jetzt an die Tür? Das ist eine gute Frage, Leute. Wo wir hin müssen. Das ist eine gute Frage, Leute. Hier ist Blut. Ich kletter einfach mal wieder hier lang. Aber da waren wir ja. Hier können wir nicht raus. Okay, wir werden hier hochgehen. Keine Ahnung, wieso ich renne. Liegt wohl darin. Darin. Darin, dass ich Angst habe. Okay, hier verfolgen wir sie wieder. Finden wir hier irgendwas? Videokassette. Hallo. Okay, dann gehen wir hier rein. Oh, wer ist das? Das ist der Mann. Wie bist du hergekommen? Wo ist die? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Die vertraut sie. Das kleine Milchstück. Nie hat sie. Okay, warte. Evie. Evie, nein, Evie, Evie. Erlen, hör zu. Ich hab sie nicht so gemeint. Sie versucht die Kontrolle zu übernennen. Du musst sie bekämpfen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Der greift uns bestimmt jetzt an. Oh, oh. Oh, oh. Ich kann nichts machen. Sie hat uns angekotzt. Sie hat uns angekotzt. Komm hier rein. Wieso laufen? Wieso komisch? Okay, was gibt's hier? Ich würde gerne mal speichern, Leute. Oh, die Nachricht von mir. Oh, die Nachricht von mir. Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Hab ein gutes Leben. Okay. Deswegen würde ich trotzdem mal gerne hier speichern, eigentlich. Oh, oh. Können wir da rein? Ach du Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob wir hier sein sollen. Ich weiß nur, wie laufen. Ziemlich komisch. Oh. Ach du Scheiße. Okay, Leute, ich weiß nicht, was hier los ist. Okay. Hallo. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein. Eine Familie. Dann brauche ich dich nicht mehr. Okay. Was ist hier eigentlich los? Oh, wir sind am Speichelpunkt. Das machen wir auch direkt natürlich. Speichern. Erst mal durchatmen. Ja. Dieses Kind ist ganz schön gestört, würde ich hier mal sagen. Und ich habe keinen Plan, was mit da los ist. Bevor wir hier weiterspielen, würde ich sagen, beende ich jetzt hier die Folge und dann sehen wir mal, was hier noch so alles passiert. Ich dachte, so viel kann nicht mehr passieren. Aber gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.